Stimmung wie nach einem Titelgewinn. Der 1. FC Köln hat einen Tag nach dem souveränen 4 zu 0 zum Pokalauftakt in Meppen auch offiziell seine Saison eröffnet. Beim Stadionfest kamen rund 40.000 Fans und bescherten dem Team von Trainer Peter Stöger einen euphorischen Empfang. Die Mannschaft bleibt aber eine Woche vor dem Ligaauftakt in Stuttgart auf dem Boden. Das war eine Pflichtaufgabe, die wir souverän gelöst haben, sage ich mal. Natürlich hätte es höher ausgehen können, aber ich denke, über 90 Minuten hat man gesehen, dass wir die Bundesliga-Mannschaft sind. Und das war auch unser Ziel. Wir sind konzentriert in das Spiel reingegangen und haben dann verdient 4 zu 0 gewonnen. Und von daher wünscht man sich das, weil in der DFB-Pokal-Erste-Runde kann man immer schlecht aussehen. Aber ich denke, dass wir da gestern nichts anbrennen lassen haben und von daher schon zufrieden sein können. Besonders ein Mann stach beim Pflichtspielauftakt heraus und wurde entsprechend von den rot-weißen Anhängern gewürdigt. Neuzugang und Dreifachtorschütze Anthony Modest. Der Franzose sorgt mit den weiteren Neuzugängen auch dafür, dass die Erwartungshaltung in der Domstadt steigt. Es gibt ja immer den einen oder anderen, der dann schon von der Euroleague oder was weiß ich auch spricht. Aber ich glaube, der Trainer macht das sehr gut. Der holt die Leute da immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und wir wollen Schritt für Schritt den FC wieder dahin führen, wo er hingehört. Und wie gesagt, das nicht mit leeren Worten füllen, sondern mit Taten. Und möglichst uns diese Saison natürlich auch wieder ein Stück weit verbessern. Und ich denke, dass wir das auch erreichen werden, weil wir uns, wie gesagt, in allen Bereichen eigentlich auch verstärkt haben. In der vergangenen Saison stand am Ende Rang zwölf. Neunmal spielten die Kölner 0 zu 0. In der neuen Spielzeit darf es aus Sicht der Fans auch auf dem Rasen gerne etwas mehr Spektakel sein.